Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke während unserer Fachvorträge bekommen und sind nun gewappnet für Ihren Start in die digitale Transformation. Ihre am häufigsten gestellten Fragen haben wir zwischenzeitlich zusammengefasst und Uwe Ruttkamp wird diese in den folgenden 15 Minuten beantworten. Uwe, packen wir es. Geben wir es an? Ja, auf jeden Fall. Beeindruckendes Portfolio, aber auch beeindruckende Fragen von unseren Zuschauern. Als globaler Leiter für Werkzeugmaschinen, der du bist, siehst du da einen Unterschied in bestimmten Ländern, die ein bisschen mutiger sind und nun früher digital durchstarten als andere, die vielleicht eher noch zögerlich sind? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich einen Unterschied in den Ländern sehe. Ich sehe durchaus Unterschiede in den Industrien, in denen Digitalisierung angewandt wird. Da gibt es Industrien, die sind etwas mehr Cloud-affin und trauen sich ein bisschen mehr als andere, die sehr auf Security-Themen und On-Premise-Themen achten. Von daher, ja, sehe Unterschiede, aber nicht unbedingt kulturell von den Ländern her, sondern von den Industrien geprägt. Okay. Kommen wir zur Frage hier von einem Zuschauer zum Thema Performance. Würde Siemens einen Performance-Vertrag, also einen Leistungsvertrag zur Digitalisierung abschließen? Klar, machen wir auch sogar schon. Gibt es heute schon Beispiele, wo wir genau das tun. Wichtig ist natürlich immer, dass wir als Siemens auch der Lösungserbringer in dem Fall sind, weil man kann natürlich nicht die Verantwortung für die Performance und die Produktivität übernehmen, wenn man an der Lösung nicht beteiligt ist. Aber da, wo wir sind, bieten wir das auch an und es gibt auch schon ein paar Beispiele. Nächste Frage geht es um die Geschwindigkeit, nämlich um die des Marktes. Warum passt sich der Markt so langsam an Digitalisierung an? Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es so langsam ist. Aber was wir natürlich im Moment erleben, ist schon eine sehr signifikante Krise in dem Umfeld der Werkzeugmaschinen. Jetzt durch Covid-19 natürlich auch nochmal besonders ausgeprägt. Und da haben natürlich ein paar Dinge ein bisschen an Fahrt verloren. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass unsere Kunden und deren Kunden durchaus verstehen und auch daraufhin streben, mehr Produktivität zu schaffen und Werte zu schaffen. Das ist insbesondere wichtig für die Zeit nach der Krise. Auch die wird es geben. Und wer daraus gestärkt hervorgeht und Produktivität seinen Kunden anbieten kann, der wird einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil haben. Und das wissen auch viele und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir in dieser Phase auch noch einen weiteren Schwung an Digitalisierern sehen werden. Ich glaube, wir haben in der aktuellen Phase ja auch festgestellt, dass Digitalisierung uns in vielen Dingen schon weitergeholfen hat. Sprich Homeoffice oder Remote Diagnostics etc. Also wichtige Themen. Absolut. So, kann Siemens einen Industriestandard mit Edge schaffen? Ja, also sicherlich. Aber ich denke, viel wichtiger ist, dass wir Industriestandards nutzen. Also wir nutzen Open Source Software, Containertechnologie, um Applikationsentwicklung zu betreiben. Viele Komponenten aus dem industriellen Standard im Bereich von Netzwerke und Vernetzung. So, dass eine Edge-Umgebung, speziell Sinumeric-Edge, immer ein sehr stark durch Standards geprägtes Produkt ist und auch bleiben wird. Okay. Nächstes Thema ist ein Mitarbeiterthema. Nämlich, wie viele Personen, will ein Zuschauer wissen, arbeiten am Digitalisierungsportfolio von Siemens? Das ist natürlich eine schwierige Frage zu beantworten, kann ja jetzt keine Zahlen nennen. Aber generell wünsche ich mir viel mehr, als es heute noch sind, weil ich wünsche mir natürlich als Verantwortlicher für unser Portfolio, dass wir da noch mehr machen und noch weiter vorankommen, gar keine Frage. Aber unabhängig davon, was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass die Expertisen, die speziellen Kompetenzen, die nötig sind, sich stark gewandelt haben. Also heutzutage muss man sich im Bereich der Softwareentwicklung umschauen und dort speziell mit Big Data, mit Analytics, mit entsprechenden Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenzthemen beschäftigen. Also Kompetenzfelder, die fünf oder sogar zehn Jahre zurück vielleicht gar nicht so sehr im Fokus standen im Kontext der Werkzeugmaschinen. Und das ist vielleicht die größte Geschichte, die man da feststellen kann, dass die Art und Weise und die Themen, die dort bearbeitet werden, sich sehr stark gewandelt haben. Also wäre ich gefragt worden, ich hätte gesagt, als Siemens-Mitarbeiter, wir alle arbeiten an Digitalisierung. Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung ist jetzt unser großes Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen, um für unsere Kunden die richtigen Lösungen zu entwickeln. Das stimmt natürlich auch. Okay, es geht weiter zum Thema kommerzielle Plattformen. Und zwar, wie sieht Siemens den Erfolg von kommerziellen Plattformen auf dem Markt? Ja, kommerzielle Plattformen im Speziellen sind schon schwieriger als die vielen Dinge, die wir aus dem privaten Umfeld kennen. Also wir kennen alle Verkaufsplattformen in unserem privaten Umfeld, wo wir Dinge bestellen und am nächsten Tag geliefert bekommen oder Filme schauen, internetbasierte Plattformen, bei denen man sich entsprechend mit Medien versorgen kann. Da sind natürlich industrielle Plattformen im Umfeld Business-to-Business natürlich anders angelegt. Aber ich glaube, dass wir mit Mindsphere dort einen Startpunkt hingelegt haben mit Software-as-a-Service und Plattform-as-a-Service, der sich durchaus sehen lassen kann. Und wo auch viele Kunden heute schon Vorteile sehen, dass sie eben nicht von Anfang an irgendwie Dinge entwickeln müssen, sondern auf vorgefertigte Lösungen speziell für industrielle Anwendungen zurückgreifen können. Und von daher denke ich schon, dass wir da gut gerüstet sind. Gut, gerüstet sein ist das Stichwort hier für die nächste Frage, denn die lautet, alle Wettbewerber von Siemens sprechen auch über Digitalisierung und virtuelle Zwillinge. Was macht Siemens da so anders? Gute Frage. Aber ich meine, was wir wirklich anders machen, zumindestens mal in meiner Wahrnehmung, ist, dass wir speziell mit dem Thema Synumeric One ein Produkt geschaffen haben, das, wir nennen es ja auch Digital Native CNC, das von Anfang an digital ausgeprägt ist. Wir haben nicht zu einer bestehenden Steuerung den digitalen Zwilling im Nachhinein hinzuentwickelt, was ja dann nur so eine Art digitaler Schatten gewesen wäre, farblos und auf dem Boden liegend sozusagen. Nein, es ist ein aufrecht stehender digitaler Zwilling, vollfarbig, heißt also mit allen Funktionen ausgestattet, die die reale Steuerung auch hat. Und eigentlich genau genommen ist die digitale Ausprägung, also Create und Run My Virtual Machine und die reale Synumeric One ein und dieselbe, ein und dieselbe Software, ein und dieselbe Projektierung. Es ist nicht voneinander unterscheidbar. Und ich denke, das macht uns schon etwas Spezielles. Zur Synumeric One kam die Frage, ab wann sie denn verfügbar ist? Ach so, ja, das ist natürlich eine Frage. Ja klar, seit Frühjahr diesen Jahres, März 2020, ist das Produkt verfügbar. Das wollte man zur Hannover Messe vorstellen. Haben wir auch, wenn sie stattgefunden hätte. Ganz genau. So, nächste Frage und da sind wir auch gleich hier, perfekt. Nur normal, werden traditionelle Messen jemals wieder stattfinden? Und wie schauen die Chancen für eine Emo 2021 aus? Ja, also was Emo 2021 angeht, das weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Wir reden von Oktober, November, wenn die stattfindet. Nächstes Jahr, ja. Und das ist ja auch eine Errungenschaft, die uns das Thema Covid-19, so schlimm und das alles ist, doch irgendwie beschert hat und einen gewissen Boost in die Digitalisierung gebracht hat. Und diese Art von Events, häufiger im Kontakt zu sein, vielleicht auch einfacher im Kontakt zu sein, in kürzeren Abständen, das wird uns auch bleiben. Ich glaube nicht, dass wir das wieder beiseite legen werden, egal wann, sondern wir werden dann vermutlich in der Zukunft Kombinationen sehen. Von virtuellen Rundgängen auf der einen Seite, aber realen Messen auf der anderen Seite. Also von daher, die Welt hat sich verändert und wir verändern uns auch, um dementsprechend darauf ausgerichtet zu sein. Und neben all diesen hybriden Messen, von denen wir ja jetzt aktuell sprechen und planen, nicht zu vergessen unsere Ausstellungszentren. Bad Neustadt, Digitale Fabrik in Amberg und noch ein paar andere schöne Highlights haben wir in der Auflager. Richtig, unsere Digital Experience Center, die wir überall in der Welt haben, spielen natürlich auch eine Rolle und auch die bieten virtuelle Rundgänge an. Perfekt, so, dann gehen wir weiter. Ein Kunde möchte wissen, wie hilft mir Siemens auf dem Weg und bei der Umstellung digital zu werden? Ja, also auch da kann ich gut darauf antworten, weil wir speziell durch unseren Service eine Dienstleistung anbieten, die nennt sich Digitalization Check. Das ist ein Angebot, mit dem wir zu Ihnen kommen und prüfen, inwiefern Digitalisierung auf Ihrem Shopfloor beispielsweise möglich ist. Das hat was mit Vernetzung zu tun, das hat was mit der Softwareversion, die dort eingespielt ist, zu tun. Ist eine zusätzliche Hardware notwendig, kann man das mit Softwareumstellungen erreichen und auch natürlich beratungstechnisch, welche Art von Anwendungen am besten geeignet sind, um die Produktivität dort entsprechend zu heben. Das bieten wir an und ich glaube, das ist ein guter Startpunkt in die Digitalisierung. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich fahre mit meinem Auto zum TÜV und der sagt mir, da und da könnte man dran schrauben und dann bist du wieder fit, um auf die Straße zu gehen und schnell zu fahren? Ach so, im Sinne eines Checks? Ja. Ach so, naja gut, der Digitalization Check ist vielleicht ein klein bisschen aufwendiger als eine Autoprüfung, aber ich würde mal sagen, ein bis zwei Werktage sollte man veranschlagen. Aber dann weiß man, wie man Digitalisierung starten kann. Prima. Schneller als gedacht. Perfekt. So, nächste Frage geht es wieder um den Wettbewerb, beziehungsweise darum, wir sind nicht allein auf dem Markt als Siemens. Wie setzt man denn bei Siemens andere Steuerungen ein und wie gelangt Siemens an Brownfield-Projekte? Ja, also wie wir an solche Projekte gelangen, da weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber erstmal, Brownfield ist nichts Besonderes. Brownfield ist eigentlich ganz normal, insbesondere jede Maschine, die ich heute kaufe, ist faktisch morgen schon, also Brownfield. Und dadurch ist es für uns erstmal ganz normal, Standard und das normale Unterfangen, dass wir uns auch mit Brownfield-Technologie beschäftigen müssen. Insbesondere natürlich kann auch eine ältere Version der Synomeric sein oder auch eine andere Steuerung sein. Und in unserem Portfolio, sei es auf der Edge-Seite oder in der Inline-Ebene dann mit Synomeric Integrate, haben wir entsprechende Möglichkeiten, auch in dem Umfeld Vernetzungen anzubieten. Prima. Alle meine Maschinen sind älter als zehn Jahre. Was soll ich tun, ist die Frage eines Kunden. Also wenn wirklich alle Maschinen älter als zehn Jahre sind, dann wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, die eine oder andere Maschine einem entsprechenden Retrofit zu unterziehen. Das würde die Produktivität der Maschine mit Sicherheit verbessern und bei dem Unterfangen, wenn man so ein Retrofit macht, bieten wir auch an. Spezielle Retrofit-Dienstleistungen sind verfügbar. Dann würde man natürlich gleich die Digitalisierung prüfen und die Vernetzung gleich mit angehen. Von daher dann die entsprechende Produktivität sogar in mehrfacher Form möglich machen. Also das wäre dann meine Empfehlung an der Stelle. Prima. Große Industriezweige wie die Automobilbranche und die Luft- und Raumfahrt wurden in den letzten zwei Jahren stark getroffen. Der grösste Wachstumsmarkt, so schreibt der Fragende hier, sind die Standardmaschinen. Ist denn die Siemens-Lösung nicht ziemlich überdimensioniert für Maschinen mit einem Wert von unter 50.000 Euro? Das ist eine wirklich gute Frage. Danke dafür. Also ich halte es nicht so. Ich sehe es nicht so. Man kann immer einfach starten. Natürlich, wenn Sie ein vollumfängliches Tool-Management, einen ganzen Shopfloor entsprechend digitalisieren wollen, dann ist natürlich auch ein entsprechender Aufwand da. Und der muss sich rechnen, muss irgendwo mit dem Wert der Maschinen in Verbindung stehen. Aber man kann auch einfach starten. Man kann mit einer einfachen Installation von Manage My Machines beispielsweise Transparenz in den Shopfloor bringen oder mit Analyze My Performance, OEE-Monitor, OEE-Kennzahlen, also Overall Efficiency entsprechend anschauen, um dann daraus abzuleiten, ob man Möglichkeiten hat, die Produktivität zu steigern oder wo die Bottlenecks sind. Und das ist ein relativ kleines Investment und geht auch mit unseren kleinen Steuerungen. Um keine Antwort verlegen, sage ich hier. Die 15 Minuten sind um. Der Preis ist heiß. Ich würde sagen, du bist ganz nah am Jackpot, lieber Uwe. Vielen, vielen Dank dafür. Danke sehr. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, für diesen regen Austausch. Sollte Ihre eingereichte Frage bisher noch nicht beantwortet worden sein, keine Sorge. Unsere Leitungen laufen heiß aktuell und unsere Experten arbeiten mit Hochdruck daran, all Ihre Fragen zu beantworten. Uwe, viele Punkte haben wir angesprochen. Wir haben von den Experten viel gehört. Was ist dein Resümee für den heutigen Tag? Was nimmst du mit? Ja, was nehme ich mit? Noch viel wichtiger ist, was unsere Zuschauer mitnehmen. Und da würde ich einfach nochmal zurückgehen zu dem Anfang der Veranstaltung, die wir mit dieser Folie gestartet haben und gesagt haben, es sind eigentlich drei Punkte, die uns wichtig sind. Und die würde ich nochmal kurz zusammenfassen wollen. Auf der einen Seite ganz klar, ein einfacher, müheloser Start in die Digitalisierung ist möglich. Da muss sich keiner vor fürchten. Das ist nichts Aufwendiges und etwas, was große Schwierigkeiten macht. Der Start ist einfach. Wir bieten Produkte an, um das entsprechend zu tun. Und ich kann nur jeden ermutigen, fangen Sie an, gehen Sie auch auf uns zu, gehen Sie auf die Siemens-Kollegen in Ihrer Region zu. Die können Ihnen mit Sicherheit unterstützen, den ersten Schritt zu machen. Das alles führt ja dann letzten Endes dazu, dass sich die Produktivität steigert. Und das ist ja der Mittelpunkt auch dieser Folie, steht im Zentrum. Und die Produktivität ist alles, was uns bewegt. Sei es mehr mit dem Gleichen zu machen oder das Gleiche mit weniger zu machen. All das ist entsprechend Produktivität. Produktivität gilt für die Maschine, schneller im Sparen zu sein und entsprechend schneller Teile zu produzieren, dann für den entsprechenden Maschinenanwender. Und da steht immer im Mittelpunkt, und das ist der einzige Antrieb, den wir haben, warum wir Digitalisierung machen. Und dafür haben wir auch die Produkte entsprechend heute so vorgestellt. Aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, ist der letzte Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, das Geschäft weiter ausbauen, neue Geschäftsmöglichkeiten finden. Wir haben sicherlich aktuell eine sehr schwierige Zeit in der Werkzeugmaschine. Und wir müssen uns alle überlegen, wie wir in Zukunft Geschäft machen wollen, wie wir Geschäft steigern wollen. Da haben wir hoffentlich auch aufzeigen können, welche Möglichkeiten es dafür gibt. Wie zum Beispiel rund um die Synumeric One mittels virtueller Showrooms oder mit dem Vertrieb von digitalen Zwillingen oder Pay-Per-Use-Modelle, Performance-Verträge oder eben im Umfeld Synumeric Edge mittels eigener Applikationen, Edge-Applikationen, mit denen spezifische Eigenschaften der Maschine ausgenutzt werden können, um Angebote zu schnitzen für unsere und entsprechend Ihre Kunden. Und von daher hoffe ich, dass wir Ihnen ein interessantes Programm haben bieten können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und Christine, übergebe an dich zum Schlusswort. Ja, das ist ein langes. Ich habe nämlich noch einen Haufen Informationen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein herzliches Dankeschön an dich. Definitiv spannende Zeiten für die Werkzeugmaschinenbranche. Aber euch allen zusammen, würde ich sagen, viel Erfolg. Wir haben gute Ideen, da kommen wir schon voran. Danke. Danke. Danke.